Sie ist sicher viel schneller als das, was ich mich gewohnt bin, also in der Schweiz. Sie geht sicher härter zu und besser, aber wenn wir so weiterspielen, dann liegt sicher noch einiges drin. Ja, früher war Martina Vost-Ecklenburg Trainerin in Jena und sie ist ja in der Schweizer Nationalmannschaft Trainerin und sie hat mich dann angerufen und gesagt, Jena sucht eine Torhüterin, ob ich mir das mal anhören möchte und ich habe gesagt, ja, anhören kann man das ja immer und danach so ein Angebot denke ich, ich komme kein zweites Mal und ich hatte mir gedacht, ich probiere das mal und sicher eine Erfahrung, die nicht jeder machen kann. Nein, ich glaube, das liegt uns gar nicht, größenwahnsinnig zu werden und ich denke, wir machen einfach so weiter, trainieren so weiter und es waren jetzt 2-1-1 und mehr war das nicht, also schön auf dem Boden bleiben.